Ja, aber auch schön. Dirber? Ja. Ihr schreibt da auf Ivrit? In Fidisch. Melach, Stade. Auf Afidisch? Wir schreiben anders. E, Aze. Oh? Ja, Aze. Alle sind schön. Heim ist Dienstag, dem 30. Mai 2006. Jo, 20 Minuten nach Elfen, da frie. Wir sitzen da in Vilni mit unserem teuren Chawar, Melach, Stadewet, was ist mein erster Chawar in Vilni, von Dekaber, von Dezember, von 90. Jahrhundert, der mir herumgeführt ist. Was, ich weine 90. Jahrhundert? In 90. Jahrhundert. In 12. Jahrhundert. In 16. Jahrhundert wären in Dezember. Oh, ja, die Zeit lebt mir schon gekommen. Aber, ihr hört wie schön, wir sitzen da, wir sind da und gucken auf der Welt. Sogt mir, uns interessiert Asasa, eure ersten Jungen in Vilni als kleiner Jünger, wenn seid ihr geboren, wo, Tatemame, Gass? Gut, gut. Ich sage, ihr bin, ihr, ihr, Melach, Stadewitsch, bin hier geboren geworden, den 28. Juni, das ist der 6. Monat, im 23. Jahrhundert. Mein Bespruch ist, dass sie gewinnen, kleine Händler, die Mama mit Tatmung hatte ein kleines Krum, das können wir viele sehen. Welches Krum? Das ist von Gräuten, Mel. Wie hat ihr heißen das Krum? Das ist von Gräuten, Gräuten, Mehl, das ist gewinnen. Aber, ich kenne es sogar nicht. Das ist mit der Psaumin, Krum? Nein. Psaumin. Nein, 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 nein. Psaumin. Nun, um wohnen sie, ihr... Man sahen sie zwei Kinder. Wir haben gewinnen da, Inger, und ihr gehört eine andere Schwester. Wir haben die älte die Beyleynke. Beyleynke. Beyleyke. Welchen Jahre ist sie? Sie ist von 18 Jahren. Sie gewinnt Fadi Melchoma, hat sie Chassnägera. Ihr Mann gewinnt ein Kirsner. Und sie gewinnt Schneiderke und sie hat sehr schöne junge Mädchen, Schulingke, weil er ist umgekommen in der Zeit von Melchoma. Als Deutsche werden die Aktie von Getter. Meine Idee ist umgekommen in Vilni. Ja, ja, wir alle. Ich kann das nicht wissen, weil ihr im Damschen auf dem Front gewesen seid. Nun kommen wir zu dem wir kommen später. Ihr seid geboren im Juni von 23. Jahr. Die Eltern haben die Akkram von Gräuten, von Mel und Ostdorf. Und wir haben die Akkram von Gräuten. Ja. Sie haben die Akkram von uns gegründet. Ja, die Akkram von Gräuten. Wie war die Akkram von Gräuten? Sie haben die Akkram von Gräuten, die die Akkram von Gräuten waren. Wo ist das? Das ist eine Läme Halle. Auf Schloss-Wartow? Nein. 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 Das hier lehmt die Gymnasium. Lehmt Moloditzker. Ja, 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 ja. Mit uns weisen. Gut. Das zählt von den ersten Jahren. Wir sollen aber nicht vergessen, wie heißen die neue Tatte machen? Wie haben sie hier heißen? Ja. Die Tatte hat mich rufen, Mendl. Ja. Und die Mama hat mich rufen, Lise. Lehe. 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 Sie haben sich angefangen, Abygdar zu tea. Den Säden hat ihn gerufen, Abygdar. Seine Tatte. Seine Tatte. Mendls Tatte gewann Abygdar. Ja, Abygdar. Und seine Mama, mein Vater, gewann Abygdar. Haie. Mit was hat sich gewann Abygdar, das Säden? Er hat ein bisschen gehandelt mit Holz. Er hat gedacht, dass Holz im Winter vielleicht er euch bringen und verkaufen. Und noch, und noch, ich sollte nicht lachen. Er hat vielleicht gesagt, mit Abdeltaion, mit Schatkonen. Mit Schatkonen? Ja, ja, ja. Und die Mames Eltern ist, ihr Tate ist gestorben im Jahr 2016. Aber die Mames Mama, mein zweiter Buben liegt da, in, ist das? Nein, 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 nein. Auf den neuen... Auf den neuen Besedler. Auf den neuen Besedler. Sie gestorben im 30. Jahr. in Isra See. Wir haben gelebt, wo, das ist, am 15. Jahrzehntag, ich gewann, als er mit, der Plosche, der Plosche, die, äh, flägen mir dort, die Ingler spielen im Football. Und das gibt es auch meine Jungen. Und was ist das hier in Dortmund? Und dort ist, es ist, dort ist dort, dort, äh... Das ist Leben Baselion, oder? Baselianer Gass? Das ist Leben Rudnitzker, no? Die Rudnitzker geht da rein in Pilimbo. In Samalne. Ja, von Inka. Ja. Und jene Seite geht das gut rein in Breitegast. Ja, aber es geht nur auf rechts. Ja. Wir sind, wir sind, mir, 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 mir und Dorn zugehen. Wir wollen anheben von Dorn. Ihr seht, wie soll mir zufahren bis Dorn? Ja, weil, ich bin heitler. Gut, noch ein paar Minuten Dorn. Noch ist der Montag von den ersten Jahren, ich war sehr bald zufahren, aber was hier allein gehört. Danach ist das, ist das, die erste Gedanke, ich wollte hören, was ihr gedingt, ich war sehr gewöhnt, auf dem Platz, wo ich vielleicht spiele im Fútbol. Weil das Leben Rudnitzker geht. Ja. Und heute ist das ein offener Platz? Ja. Es ist ein offener Platz, und dort, dort, haben Sie gesagt, haben Sie gemacht? Ja, ja. Es ist mehr als ein Zufall. Weiter. Ja. Als mir geworden sieben Jahre, habe ich, meine Eltern, in der Volksschule, in der Volksschule. Das heißt, in der Volksschule. Und ich habe dort, ich habe geändert die Volksschule, sieben Klassen. Ja. Und dann noch, umgekommen, wenn wir los lernen, in die einzige jüdische, jüdische, die jüdische, in der jüdische Gymnase, wo es versuchen, auf reale Gymnase. Das ist auf 밝atienswert 6. Doch, in der Zeit der loszule, jedoch, wir wollen die jüdischen jüdische... Die betrachten nicht, mit dem jüdischen jüdischen. nicht mehr als zweites jüdischen jüdische. Oder das? Ja. Ich denke, wie es ist mit den Eltern, weil ich meine Säde, ich gewann eine Gabe an der Schule. Welche Schule? Welche Säde? dem Tattens Pforte. Das heißt, dass wir reden wegen Avigdor? Ja. Der Seide Avigdor gewann eine Gabe? Ich gewann eine Gabe in einem Klois, wo sie gewann in Mischmarschäulen. Das ist der Irdo. Auf welcher Gass? Auf Kauner. Auf Kauner Gass. Amor, das gewann Kiew. Aber er geht da rein in Schopen. Ja. Ich habe mir gut das gelernt, aber... Ist ähm... Ist ähm... Aber wir gehen mit dem. Und der Binion steht, wenn sie gewann in der Klois. Der Binion steht, aber der Klois ist nicht da. Ja, ja, ja. Gut, Pause. Und wo ist eine Meritste? Also sie sind gewann an Kindern? Ah. Sie orientiert euch auf dem Ort? Oder das ist gewann... Nein, das ist gewann... Für uns Kinder... in der Pilasche zeigen. Ich gewann ich das... Die... 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 Die начaltstwo. Ja, 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 ja. Und reintet der Präsident? Reintet der Präsident, ja. Und was ist sein morgen weiß keiner. Nein, weiß keiner nicht. Nun ist es dann noch, wo sie mir in Sekunden geblieben, ach, was er gedacht, ist zu lernen, ach, sie sollen... Barmitsch? 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 Wie ist die Zeit von Jorge, wenn Ihr Barmitsch, Ihr Geburtstag? Ah, das ist gedenklich nicht neu, Ihr wisst, dass ich will, 13 Jahre ist... Aber in welchem Hedisch? Im Juni, in dem sechsten Monat, Januar, Februar, ne? Aber ich hab damals fein gesungen, ich einladen Menschen und ich darf singen und ich hab mit einem speziellen Lehrer gegräßt zu Barmitsch. Aber sie kamen, der Tag, und wir sind in den Kläuse gekommen, und ich darf unter dem Talles, und die Tfilen, und da, und mit mir voneinander gerufen, und dann ist es, wie auf der Sonne, ist es, wo man, wo man, ist es, Gitarre, Gitarre legt ne weg, und man darf auch nicht dem Kapitel... Das kleine Gitarre, das ist eine schwere Sache. Ja. Aber man darf nicht was sagen, nur man darf doch singen. Ja, mit einem gewissen Trop. Ja. Und ich hab gesagt, ich hab gesagt, ich hab gesagt, ich hab sich getriselt. Aber ich hab gesungen gut, weil ich kriege eine gute, dann noch eine Matone. Und was ich bin, ich bin 13 Jahre alt. Und dann noch, ich hab ihn gelernen in Gymnasien. Ja, damals, ich, die Gymnasien, da gewinne Linke. Und nun so nicht zu sagen, was ist, in Rathenverband, Dortmund verheben, ist, an Mechaia, und jene. Und, also, wie wir haben gespielt, wie ich gespielt im Fútbol, ist bei mir gewinn, in Mannschaft von Makkadi, die Wilna Makkadi gewinne eine gute Mannschaft. Eine gute Mannschaft. Sie will spielen, ist das, äh, ist das, das Championnat Wilna. Und bei ihm doch gewinn ein Junior. Ich gewinn die Kommandos Junior nicht. Und mir spielen spielen, und ich weiß nicht, wo sie gewinn, der Stadion Makkadi, der Zentrum, wo die Hinten kommen, und von ihnen keine schreien, Makkadi für Reuss, Makkadi für Reuss, weil die andere Kommandos, sein gewinn. Ja. Ihr darfst es so haben? Das ist so, so sei. Ich kenne es so, so sei. Weil die andere Kommandos gewinn, noch ein jüdischer Jacques, das ist ein Pielerisch, Żydowski Akademischer Klub Sportowy. Aber die übere, es ist ein gewinn als Pielerische. Ist das vielleicht sein am Matsch, jeder Gewinner, fliegen die schreien, ihr verschickt auf was, die Pieler fliegen schreien. Ja. Żyd. Noch ein, Parchattisch. Noch ein, noch ein, wo es die Werke von Parchattisch ist. Ja. Alla Klubin geht, und geht in Erzisoi, aber wie ist das Pielerisch? Wohne Palästinie, ja. Und weiter? Ja. Das ist interessant, das einzige Geschichte. Ja. Und die Jäden, wenn ich schreien, Jäden, frohe, heiß, rohe, leiten, das ist gewinn, das haben wir. Sport. Ja. Und dann noch, pflegen wir, ist das Spiel, Gas auf Gas. Der Pfarrer legt aber, gewissen, wo, wen in Jäden. Weil die deutsche Gewinner, war das Gäder. Sie gewinnen, Gassen und Regionen, wo sie nicht leben haben. Und sie gewinnen, Regionen und Gassen, wo sie nicht leben können. Weil er kein Lithisches, wohnen nicht. Nein, das habe ich nicht gehört. Ihr habt wen gehört, der Litwische Sprache, Reden auf der Gas? Als Kind in Wilne? Reden auf der Gas? Deutsch ist in dem 46. Jahr. Nein, 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 aber wenn ihr sagt, ihr war ein Kind, Vater? Nein, ich habe nicht gewusst, dass ich so ein solcher Litiner habe. Ich habe nicht gewusst, die Sprache hat mich nicht gehört auf die Gastronomie. Nein, und wir haben es auch gewusst, dass Pilzuzki, dass ich da unten von Penel ist, als er gestorben ist, hat er gesagt, das ist ein Herz. Sie legen die Mamas Fies auf dem Besalm Rossa und die Kopf, der Meach und alles, die Dinge, auf dem Kopf gehen in Krakow, in Wawel. Es ist gewohnt, der Meluchische ist das Leweihe und alle Kinder von aller Schulen haben das Gemüse gehen. Und damals haben wir dann gemacht, die Gassen, also das ist ein Gass. Ja, weil es gewohnt, die Meluchische Delegation war. Und damals haben wir gesagt, dass wir da wussten, dass sie dort ein Litwischer verwenden, weil es gewohnt, die Plakaten haben, es gewohnt, dass sie nicht geschrieben haben. und das ist ein Gäste, die Lüttwöse, die Marsch nach Kowna. In 1530, verstanden? Ja, in 1530? Ja, in 1530. Wenn er gewöhnt, wenn er gestorben ist. Ja, ja, ja. Wir haben jetzt gewöhnt, über den Marsch nach Kowna. Ja, ja. Ja, ja, ich komme zum Marsch nach Kornach. Es gesagt, 38 Kilometer von Wilne ist ein Gewänder Grenz mit Litte. Aber ich sage noch einmal, da habe ich keinem Wohne gehört, keinem mit Litte zu wollen. Und das ist die Hauptsache, was ich gedingt. Ich habe gehört, ich habe gehört, ich habe gehört, wegen der Gassen. Es gibt einen Gassen, der hat gehört, ein Klois, jeder oder zwei Kloisen. Kloisen gewinnen, eine Pfanne. Die haben die Bohnen und alles, die sind, aber sie gewinnen, die Fußballmannschaften. Pfleger gehen, zu sie spielen. Und sie kommen zu uns, da pfleger wissen, wo leben die in welchen Regionen. Nur, fragt noch, was geht der Frage. Ich will mir vorhin in Rudnitzgerga, sehen, wo ihr seid geboren. Gut. Nummer zwei, die Häuser oder weiter? Aber die Häuser fahren mit Homme Dicke? Nein. Ja, aber sie haben übergemacht. Und da bin ich geboren geworden. Da? In dem Helf... Und auf der Steine neben dem Bingen. Wir sollen sehen. Aber in der Zeit... Wir können reingehen in den Helf. In der Zeit, wo wir in Homme ist in dem Helf eine gefallene Bombe. Und es hat sich um fünf Jahre gar nicht geblieben. Ich bin gekommen nach dem Front, in den Keller, in den Altsdorf gegrübt und mit jüdischem Gold gesucht. Und da haben wir gewöhnt, da haben wir gewöhnt, meine Säde, Bobä und ich. Auf dem Heft zieht sie zum Geist. Und da ist auf der zweiten Etage gewöhnt unsere Tiere. Zum Heft oder zum Gas das Fenster? Zum Gas. Zum Gas. Und sie gewöhnt der Heft noch da? Der Heft und dort. Lass uns sehen, was für ein Heft, wir können noch rein gehen. Und wir rüber gehen da, und da sind wir schmerzen, und da gewöhnt die Flüsse. Lass uns nicht reden, bis wir den Teier stehen. Der Teer. Und da gewöhnt der... Ich verlasse Regen und jetzt so. Frank Mähler, wo seid ihr jetzt da? Jetzt seid ihr auf dem Kiewski Gas. Das ist der Mord der Mauer. Ich gewöhnt der Nummer 6. Und da haben wir gelebt, zusammen mit meiner Säde, Bobä. Und da bin ich geboren geworden. Im 23. Jahr und am 28. Juni. Mit wem habt ihr gelebt? Wie habt ihr geheißen? Und hat die Mama, Bobä, Säde? Mein Bobä hat geheißen, und mein Säde gewöhnt Wittele. Ich hab mich gerufen Wittele, aber er gewöhnt, aber wie gesagt. Wittele? Ich hab mich gerufen mit Wittele. Wittele. Weil ich hab sich ja Holi hat. Und nicht mehr Holi hat. Und da ist ich gewöhnt der Heiv. Ja? Und da ist auf dem Mauer, auf dem Mauer. Und das ist durch die, 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 die nächstes Jahr meine. Nur bis sieben, acht Jahre. Dann haben wir schon gelebt. Zusammen mit den Mauer und den Taten. In dieser Fall, wir gehen und gehen. Und gehen, wo sie werden. Und wo sie werden. Die Kloes. Die Kloes? In Kloes. Kloes, ja. Was gedenkt ihr noch von Heiv, wo sie das sehen wie ein Mauer? Dort und seine Frau ein ältere Bignonim. Eppes, was ihr gedenkt, die noch von den Bignonim, die man nicht gemacht hat. Wo sie nicht gefangen haben. Und dort ist die alte Bignonim, aber mit ein bisschen leer. Ausgeputscht. Ja? Aber dort, dort nochmals gelebt. Und das gedenkt. Dort, wir gewinnen. Der Heiv. Was der Balabos. Weiß. Weiß. Weiß Heiv. Weiß. Das gedenkt. Und da muss er gewinnen. Nein. Nein. Aber die Wand, die gewinnen. Die Wand, die gewinnen. Und wir fliegen da. Die Wand. Wo sie gewinnen. Jene seid wann? A Tartak. Weißt du was A Tartak? Was für A Tartak? Das ist, dort gedenkt ein Sklad, wo sie gewinnen die Bretter. Und da ist es da gedenkt. Und da wo wir stehen, heute da am Theater zusammen, da hat gelebt der Storch. Der Storch genau hat gelebt wo? Ja, ja, ja. Wo hat die da zusammen gelebt? Ja. Ja. Und die Balkone, also wie gewinnen die Balkone? Ja, ja, ja. Auch wie gewinnen. Ja. Ja. Balkone. Auch das habe ich nie gewinnen können. Der Seida, Vitale. Der Bobe. Chayale. Der Tate. Mendel. Und die Mame. Lea, Lisa. Lea. Haben alle gelebt zusammen. Ja. Friere, ja. Friere. Und mit deiner Schwester. Ich. Das ist die ältere Schwester. Ich habe eine Schwester. Eine Schwester, ja. Aber ältere von euch, meine ich. Ja, fünf Jahre. Und dann noch. Und dann noch. Und dann noch. Und dann noch. Und die Mame mit den Taten. Und am gelebt in einem anderen Ort. Wir waren dort zuvor. Weil dort. Weil dort ist. gleich ein bisschen. Durch in die Realgymnasie. Ja. Wir haben gut angeheben. Mit den fristen Jungen. Ja. Und wie ist es auf Jüdisch? Kiewer Gas? Kiewske? Wie ihr seht. Kiewske. Kiewske. Und auf Jüdisch? Kiewske. Und auf Jüdisch? Und auf Jüdisch Kiewske. Ja. Kiewske Gas. Und Kiewske Gas ist auch ein Chopin Gas. Ja. 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 Wie wird noch ein Fisch der Mann in sich. Nein. Ich denke. Als da. Als da haben gelebt nur Jäden. Und da. Und da. Was ich gehört. Die jüdische Sprache. Und mit Drogen. Die Zeitung gehen. Die jüdische Zeitung. Mit Schreien. Ist es. Den Nomen von Zeitung. Er hat gelebt dort von 1923. Bis ungefähr wenn? Bis am 30. Wir sind älter von sieben. Ja. Also da. Also da. Da ist. Ich denke. Oh shit. Okay. Ich denke. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay. David, David, David. Und da, die Durchgangs, die Fenster von unserer Kirche, vielleicht auf mir noch jungen, vielleicht springen von zweit Natasch und kommen nachher. Ich bin ein sehr schlechter Fotograf, also ich habe einen guten Patent gefunden. Ich mache zehn, so sei denn gut. Und die waren der Toys Goren. Ja, die waren schon hundert Jahre. Mir hat mir gesagt, ich weiß nicht, es ist richtig. Als ich erwähnt, ist es auf 19. Jahrhundert, Nikolaj, hat mir gemacht, ein Gesetz gegen Strafis. Zwischen eine Hälfte und andere muss eine Wand, das Trommel der Strafis nicht versprechen. Dort, ich bin ein Tartak, da sind die Bretter, das waren ungefähr als Kinsenauer Pajar. Aber ich will erweisen, komm, komm zu mir. David. Du siehst, wie sie nach Hause gehen, ja? Ja. Wie Trepp. Bis unten. Und wir, die Kinder, von dem her, von uns her, von anderen, fliegen wir heute da, griechen. Geben noch Kinder, sechs, sieben Jahre, fliegen wir, griechen heute dort, und rein gehen in Tartak. Aber das ist besser. Aber nicht die nemmeste Treppe? Nein! Oder sie gehen, fliegen wir auf die Ziegel. Das ist mir nicht gefallen. Nein. Oder da, oder nein. 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 Wir kommen. Nein. Wie sie, sie lesen. Die schönste Mädel dort. Familie, die schönste Mädel, hat gelebt, ab Steffen Gass. Ab Steffen Gass. Steffen Gass. Klein Steffen Gass oder Groß Steffen Gass? Groß Steffen Gass. Ihr kennt den Hals. Ich klappe. Wie wir hier sehen, oder? Sie können nicht die Verschläge. Ich komme gleich mal in der Hals. Ich verstehe, wir wissen eine Hals im Deutschland. Und hier ist die Häuser. Was da geht an dem ganzen Tag. Aber wo gewinnt der Häuptereingang? Der Häuptereingang, ich gewinnt heute dort. Erste steht dort, aber ich war einfach nicht schwer. Etwas da, ein schweres Köln. Heute gewinnt der Häuptereingang und der erste Attach, ich gewinnt der Apthek. Wo sind wir, die Häuptereingang? Wo sind wir? Das ist die Spitze. Wo war das Spitze? Nur auf Aiden. Aiden ist das. Aiden ist das. Mischmeres Köln. Mischmeres Köln. Mischmeres Köln. Mischmeres Köln, nicht Köln. Ja, Köln ist das kranker. Ja, mit gesagt Mischmeres Köln. Aber mit Gierat auf Jüdischem, mit gesagt Mischmeres Köln. Aha. Ach, Jüdisch hat alles Köln. Ja, ja. Wo ist doch, Gedenken von der Schweres Köln? Ich bin dort nie gelegen. Ich, Gedenken, komm weiter, da. Aha. Und da, und da haben wir gemacht die Hlawe. Heute da und da gemacht die Hlawe. Hlawe. Du weißt doch was Hlawe, ja? Ja, dort Hlawe. Ja, das ist von Zement, von Zement, ja. Zement. Zement, ja. Ja, ja. Und mir, Patsanisch. Und mir, mir mit den Fingern schreiben. M. Es. Meilach Stalic. Lefschi können wir noch gefunden unter. Noch, noch, haben wir gefunden. Aber noch, hat man noch weggelegt, dass es auch nicht blit ist. Aber, Mistahme, unter See. Da wird noch bald weisen, wo ich den Reingang gewinne, in Schuhe. Aber, ja. Da. Da, 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 da. Da, da. Da gewinne der Reingang, wir knappen durch in einem Meter zehn. Und dann noch auf links gewinne die Kreuz. Da passiert doch ein bisschen, wo man hat die Kreuzet ja gewinne. Das ich wende nicht kongreise Kreuzet, weil das war die, äh. Wir haben da gelebt, in dem Mauer, in dem Mauer, in dem Mauer. Und die, was... No, alle Molle gewinnen am Minim und alle Juntivim. Und da habe ich bei mir gewinnen meine Bar-Nizwe. In die Kloise. Und der Seida, Wittale. Wittale gewinnen Agabe. Er gewinnen Agabe. Agabe. Was für ein Iduslegendor Davle? Wo sie gewinnen der Meloche? Wo sie gewinnen der... Wo sie gewinnen damals in Peinland, er gehandelt. Aha, ja. Ja, Händler von Gegend. Ja. Aber was für ein Händler? Was noch? Wer, wer, wer hat der Krom und wer gewinnen, ähm, ist es, äh, wie sagt man das? Er gewinnen, äh, ist es... Handwerker. Ja, wo? Handwerker, ja. Und da haben sie da alle gelebt und sie flinkdokumenten, weil da nicht weit, ich gewinnen noch ein bisschen. Und da haben sie ja auch schon... Fünf... ...donische... ...donische... ...Kazak... ...Kazatsischer... ...Korpus. ...Donische... 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 ...Don... ...Donische... 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 in Pechote. Wie ist das in Pechote? Ich habe gewonnen, der ungefähr auf eine kleine Gruppe. Ich gehe in die Kommir, da sind Kazachner Pferd. Und ich habe Pferd gesehen, da in Wilhelm, und da war ein Zwochig. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das Zwochig? Ja. Aber sie haben gesagt, hey Pechote, wo geht ihr? Ich sage, wir gehen in der Samen, in der Samen, in der Samen, in der Samen, und ich sage, komm zu uns. Ich frage, was ihr habt, ihr wollt gehen zu See? Ich sage, Pferd, hier, hier, sind wir weg. Die Sachen haben gemattern, nicht gedacht, ohne keine Form, und keine Arbeit mit der Schaschke. Aber sie haben gemattern. Ich habe doch nicht gemattern. Ich habe nicht gemattern. von See. Wie vom Pferd, und weiter eigentlich. Und weiter. Als Kind, in Wilne, sagt sie, sie gewinnt eine linke Schuhe, wird sich gehavert mit krummen Kindern, sie befreuen nicht, sie gewinnt eine andere Welt. Nein, wir haben sie fein gehalten. Fein gehalten. Und wie haben sie sich überzeugt, zu Eid? Sie haben sie, wie mir zu sehen. Und wer gewinnt mehr in Wilne Kinder? Krumme oder moderne Linke? Ich lehre aus Wilne, ich gewinnt mehr Linke. Ich will so anders, mehr Zionisten. Ah, mehr Zionisten. Und mehr Zionisten, nicht der Linke? Irgendwann ein Betarist. Aber die Schule nicht gewinnt ein Betarist. Nein. Ein Linke? Wie seid ihr gekommen zu Betarist? Wie ihr solltet? Ich hab die ganze Zeit gewählt, nur wenn ein Jünger, vor ihnen erzusehen und kämpfen, also sein eigenes Land. Aber, ich hab nie gekannt, ob sie da wusste, es ist eine Organisation, wo es ruf zum Betar, und der Umführer Schabotinsky. Und sie haben, ihr Ziel ist, zu gehen in Israel und Kürten, also sein Land. Wie alt seid ihr gewählt? Also seid ihr geborene? Sechzehn. Sechzehn halbe. Und in der Allgemeinen hat man nicht gehalten müssen. Von Wemmen? Ich hab mich gehalten von Linke, und Sozialisten, und Verwesensverband, und Bankete. Sie werden allerlei. Allerlei. Aber mir teilen, die Schiller, meine Schiller, sie gewöhnen, nicht nur politisch, weil sie gewöhnen. Ja, ja, ja. Aber, in der zweiten Klasse, in der zweiten Klasse, unser Umführer, hat sie gewöhnen, dass sie sein Sohn, der berühmte Doktor, in Wilner gewöhnt, ist sein Sohn und seine Tochter, sie sind die Unführer von der Linke. Sie sind gerade in Amerika, und dann noch, gewöhnen Zeit, sie sind in Wilner. Aber sie gewöhnen Linke, nicht Beytar. Nein, Linke. Wer gewöhnt Beytar? Wer gewöhnt an ihre HW-Rimenonke? Ich denke nicht. Aber welche Gassen haben sie gewöhnt? Die Menschen, die sie betreten, die leben in allerlei Gassen. Sie gewöhnen zentralen Klub? Sie gewöhnen zentralen Klub auf Basanawicius. Pohulanki? Ja, Pohulanki. Greise oder Kleine? Greise. Welche Nummer gewöhnen? Nein. Sie leben im Theater. Ah, leben im Theater. Ja. Noch im Theater zu fahren? Fahren im Theater. Wir gehen von Zawalny, da sie fahren im Theater. Auf der rechten Seite. Ja. Ich gehöne ein größeres Zimmer. Ich habe mir erzählt, dass sie dort spielten, im Timpong. Und es scheint still, dass sie dort erzählen, was ist Russland und was ist, wird das gut für sie. Bei mir gewöhnen, wir gewöhnen an der Natur. Aber sie entloppen von Dillen. in Russland. Ich habe gebeten auf dem finlandischen Front. Und mit mir nicht genommen. Aber im 39. Jahr, ich bin ja noch 16 Jahre, und ich habe gebeten bei sie, bei den Paläken. Also wir nehmen auf den Front. Ich wusste, ich habe gebeten mit dem Wachminister. Im Geweh mit meinem Haver. Da hat er geheißen, wir bringen einen Dix mit dem Stück. Und er sagt, also ich wollte auslachen von uns. Eben hier, wenn der Griechen ein bisschen Stich ist das, will ich auch nehmen. Darüber gestellt. Und ich habe gesagt, gezogen, gezogen, gezogen. Und ich sagte, Rano. Verstehst du? Bei mir gewöhnen, dass er mit der Natur gewählt hat. Es war unser Volk, in den Egen von allem. so kommen. Also los kommen an mir, seine nikkun trussen. Michom nicht mehr. Oder so am Ende. Aber du denkst sich wegen Beytal? Beytal. Wie ist das? Du denkst sich eigentlich von den Beytalisten? Wir wissen, wir wissen. Wir sind die Form auf das wir gehabt haben, also ein Chack, ein Chack, ein Ziffer. Die Rotschaft? Die Hitze? Die Furaschke. Die Furaschke du weißt? Die Weyenne. Und was dir gefallen mit dem Geflogenen? Nein, also ich bin bei den Paläken, am 3. Mai, jetzt, ich bin zehn Konstitutsi. Ich bin ein Parat. Weißt du, was ist ein Parat? Weißt du, wir fliegen die letzte, gehen weiter. In der Form, ja, aber ungefähr. Und dann noch zu verendigen, vielleicht, wenn das so ist. Was heißt denn der Form? Was haben wir gesagt? Gangen? Gangen, ja. Marschieren? Marschieren. Wo? Dass sie wenn, auf den Gas gedeminert, dass sie dann das gewinnt. Mit Kiewer? Mit Kiewer. Und legal heißt das. Ja, ja, aber nur auf den Jungen. Und von einer Nonten gesprochen, die Mama der Tate, sei es ein Gleibiger, geglaubt in Gott, dumme oder nicht? Keiner nicht. Sie haben gehalten für die Tradition. Pesach und Pesach. Und die Roscherschöne, Roscherschöne. Aber sie zu gehen, jeder in Glööse. Sie haben geglaubt, dass sie dauer geworden sind oder nicht? Sie? Erwes. Und ihr als kleiner Jünger habt geglaubt? Ich? Ja. Und die Schule gewinnt euch? Nur, sie habe noch in der Reizo gymnasium begonnen. Ah, aber Frankreich? Weil, frühen, ich habe mein Lehrer genau gewonnen. Wie alt hetzt du習end, die Reigt der Re uniquelyكن? Ja, ja, vor 14 Jahren. 14 Jahre. これ ist Men Schöne, 14. Sie sind 14 Jahre Reihen im Real Bienenloom-, ja? Wie gedenkt eure Lehrer? Wir gedenken, aber wir gedenken, dass unser Unführer von der Klasse gestehen. Ich bin in der Musik, in der Papalikäne. Ich habe Fotografie von unserer Klasse. Ich sehe, dass ich ein älterer, ein schöner Ried habe. Und die Lehrerin von Englisch, wo ich mir die Augen öffnen möchte. Aber ich denke nicht mehr. Verstehst? Bei Tarate hat er sich verinteressiert zu 16 Jahren. Das heißt nicht lange, wenn wir die Sowjetunion gekommen sind? Ich habe mir gewählt. Weil die Pateristen, die älteren, haben doch von dessen her weggefallen. Er hat mir von mir genommen. Weil wir zur Jugend gewählt. Wir sehen jetzt hier gebieten durch das Leben noch September, Oktober 1931. In September 1931 sind die Rhein des Zerwesten. Und in Oktober 1931 haben sie geschenkt in die Litwiner Ramatone. In Oktober 1931. In Oktober 1931. In Oktober 1931? Ich weiß nicht. Weil die Litwiner sind rein in Stutt, bin ich entloppen. Und ihr seid da weg, wenn? Im Oktober 1939. In Oktober 1939? Weil die Litwiner sind rein in Wilne. Weil der entloppen ist gut. Ja. Weil? Weil wir haben uns doch alle gesagt, als Insolventenverband, wir waren sehr gut. Wir können lernen und wir können alles. Und von Oktober 1931 seid ihr gewählt in Weißrufland bis? Bis? Äh. April 1931? Nein, 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 nein. Bis September 40. In Weißrufland? Ja, dann bin ich gekommen in Wilne. Wann seid ihr gekommen in Wilne? Wann seid ihr gekommen in Wilne? Wann seid ihr gekommen in Wilne? Wann sind wir in September 40. Und ich war schon, ja, der Fach. Ich bin nach Burgalter. Und wir haben, ja. und ich habe, dass wir schon dort arbeiten. Und wir 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 sind immer in Westen. Und wir haben uns das so angegenden Weg gemacht. Wir werden uns in the Oppenbrott. Unabgiert? Ja. Ihr habt gehört von anderen? Ich habe nie gewusst, weil in unseren Städten, in denen ich gelebt habe, die Städte habe ich auf dem Berg Gommel. Ich habe die Hauptstadt von den Partisanen, von den Bildern. Ich habe dort keine Sache, ich habe nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, weil ich nicht nur in Isländern habe. Ich empfie mich an, was ich spriege. Ich gehe zu der Real Gymnasie, ich denke, dass ich jetzt stehen. Was denken Sie? Was haben Sie hier? Ich denke, ich habe einen kleinen Beirut. Ich denke, dass ich hier ein großartige Gehirner habe. Das ist die große Haar. Sie hat bei uns gelesen, die ist der Ungefähr im Klasse. Sie hat nur gelernt, dass sie singen haben. Ich weiß, aber was gedenkst ihr von ihm noch? Wenn ihr gedenkst, haben wir alle sehr, sehr lieb gehabt und wenn er auf seinem Fleckton umzieht und in der Klasse trankt, haben alle gesagt zuhören. Und alle haben gewusst, die Familie Weinreich? Weinreich? Nein, nicht gewusst. Von Ivo. Nein. Oder Salman Reisen, dem Redaktor von Thor. Wir sind zu klein geworden. In England. Im Dorf, im Museum, im Pamerikanischen Museum, ihr seht eine große Fotografie von unserer Klasse, ein Gerstein. Und ich habe geguckt, wo bin ich? Und ich habe gesagt, jeder, jeder, das sind. Weil alle sind kleine, kleine. Bei euch in Stubb ist hier eine Fotografie von eurer Mutter. Ja, und von meiner Schwester. Die Fotografie von meiner Schwester hat die Mutter, als sie gekommen ist von Stuttgart, hat sie gefunden. Ich habe hier eine Fotografie von der Schöler von der Kursenschneiderei. Dort haben fünf Mädel und sie sind meine Schwester. Aber ich habe gebeten, wir sollen machen, wir sollen jetzt meine Schwester machen. Ihr wollt noch etwas reisen oder wir sollen zuvor zu euch versichert sein und wir wollen noch fotografieren, die zwei Fotografie? Nein, keine Bl향end. Gut. Äh, wo ist das? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das war es nicht so. Ich weiß nicht, oder? Also, es gibt einen ... Nein, nicht ... dass ich meine Mama ... Sie sehen, Sie sehen uns immer wieder im Hintergrund, was hat erzählt, dass sie es wunderbar gewesen und das ist meine Schwester, ich habe erzählt, die Fotografe, das ist meine Schwester. Sie hat das gefunden, die Karte, wo sie es gewohnt zu brauchen, ein Haus, sie hat das Haus geworfen zu Haus, da in Wilne. Die Mama, wer hat die gefunden? Die Mama hat die gefunden, nicht die Mama, sie hat die Mama gefunden und sie hat die Mama gefunden. Und das ist gewohnt von der Schule? Das ist gewohnt, kurz in der Schule, von Schmeiderei. Welche Gasswesterne? Nein. Das ist Beelinke, inmitten dort. Beelinke. Ja. Von den kleinen Bildern. Von der Mama? Ja, was hat die... Vier Jahre gekommen... Und die kleinen Bilder da waren? Ja, aber... Ja. 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 Ja.